Wenn ich auf der Bahn stehe, dann gebe ich alles, schwitze und gehe an meine Grenzen. Auf jeden Fall habe ich natürlich auch so meine psychologischen Tricks und was, worauf ich zurückgreifen kann. Und ich habe ein Bild ganz parat und das halte ich mir auch immer wieder vor Augen und das ist eine Löwin, die ja auch absolut ruhig sind und ihre Beute beobachten und dann im richtigen Moment Gas geben. Und so fühlt sich auch Sprint an. Sprint ist aus der Ruhe die maximale Explosion. Ja, ich denke, ich bin ein Klischee-Mädchen. Ich mache mich gerne hübsch, schminke mich, mache mir die Haare, habe Spaß daran, mir meine Nägel zu lackieren und einige sagen liebevoll Tussi zu mir und ich denke, das ist auch okay so. Ich bin beides, Vollblutsportlerin und Tussi und das eine schließt das andere nicht aus. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!